herzlich willkommen zum zweiten part phasmophobia mit otto bewettet den part und jetzt viel spaß also erregelt auf alle und kameras ist da keinem gerät mit dem erstmals spiegel familien das ist mal schön der rotkarten haben wir nicht wir haben schon wieder offen und nicht die letzte folge der knochen und ich habe knochen 8 grad küche war 8 grad ich behalte meine küche mehr im auge ja okay nein macht nichts macht nichts hör auf ich will den job bringen nein weil sonst hatte der wenn du nicht und bei sagt so dass ich hasse mich auch spiegel und es gibt wahrscheinlich keine perfekten items das ist voll krass ja aber wir müssen immer gut bei sagen wollen probieren wir probieren aber unter einer bedingung das mache ich ich bin das mit der bord ich lege meinen thermometern und okay okay wir machen das in den raum wo wir eigentlich hoffentlich relativ safe sind und zwar frage ich frage ihn erst wie alt tut wie alt er ist nach jedem sagen muss man gut bei sagen die macht eine lamp aus ich würde hier kannst du kurz vielleicht im keller das nicht ausmachen weil sonst kommt er mit absicht hier runter weil wir hier nicht an haben er handelt er handelt ich verstecke uns hier macht deine tasche aus so nichts was er sagte weg hier gehen die ecke hier und guck hier zum schuh ich gehe ich gehe ich gehe ich gehe einfach aus dem oder sich in die notfalls sehen kann du bist in die ecke bekannt und muss den schuh angucken ich sehe kein schuh in die ecke ich bin so dumm danke okay wir machen bitte informationen informationen sonstige wie alt bist du 63 was gut okay informationen sonstige wo bist du g a r a b e garage ist er was gut er ist garage otto okay warte mal bevor wir in die garage geht kurz gucken wie man sanity ist mit ich weiß jetzt weiß wie es funktioniert so ich guck muss am kältesten weil wir wissen dass oder geist genau ist wir haben wir jetzt ein seite der ersten folge zwei dort projektoren ok du warst kurz fixieren ok ich hole den zweiten was bringen tun es an die andere seite der straße hin hast du verstanden ja eigentlich meine andere seite von der garage ich nehme das zweite prozifix mit ok wie sie uns innen wollen wir doch geisterbuch mitnehmen er hat gerade eben also interaktion gemacht die nicht haben wir drin geflaggert egal 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 ich habe gerade den einzigen art im ich ja wir haben dort da ist hier lang gelaufen ok dort weise dort projektor ich hatte glaube ich einen eisigen atem gerade war so luft von einem und drei grad wirklich gefühl haben hier soll dahin hier soll das projekt jetzt auch zum anderen kurze fix alles gut ein grad 0,4 20 jetzt soll ich die roche 2 jetzt kann man sagen es nicht viel kaltes ich habe ihn aber in der garage gesehen deswegen 20 19 2 guck mal zu kurz ein witcher board ob er irgendwie ok immer foto von auf den fünftigen und sie wird wo ist er schon er ist durch mörder gestorben hat er gesagt er handelt lepp hier, ist los bitte komm nicht zurück ist er weg ist bloß ok jetzt ist es ok oh oh ja ist ah 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 was ist nichts ok oh alter ist das ist das ist das Ouichi Board kaputt gegangen nein habe gefragt wie ist er gestorben und ich glaube so langsam ja und das ist nicht genau geräusch ist aber sie haben das was mit der Handel ja ja was ist daran ein kurzes ausgeschlagen komm mit komm mit ja die kurze fixe den verbrennen eigentlich aber wie ist das möglich keine ahnung vielleicht falsche raum ich glaube hier die warte ist mit dem der uns wir haben strom der nicht so in der Aktion guck ihr mehr Gerät da kann es dabei Scheiße auf die Kamera, die brauchen wir doch nicht ne, ist alles so verarschender ich habe ein Level 3 3 0,3 Grad er hat er hat sie die Türen geschlossen und ich freue mich, es war auf jeden Fall kein Hartmann ich hatte gerade einen Level 4 Aufschlag gut zu wissen und ich habe gerade so ja, weil er genau vor mir war hier war er was hat er gemacht? er war vor mir und hatte gestanden und es war so ein kleines Zweck habe ich auch schon in Kerner gesehen habe Foto gemacht, ich habe 3 Sterne drauf bekommen sag mal Fotos äh Geist, ich sehe keinen Geist auf diese ich habe nicht, aber ich habe 3 Sterne und es ist das was zählt wow wissen wir, haben wir gefliegte Temperaturen nur bis zu nicht wir haben 0,3 Grad wo ist Always Awe Ich Awe der Aktion, guck nach ihm hast du das? Nein. Hat wenigstens Punkte gebraucht. Nein, hat es nicht. Nö. Hihi. Wie heißt eigentlich der Geist? Kevin Gneit. 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 Der steht für das Kruzifix, den Geist in der Jagd zu hindern. Hä? Ein Kruzifix sollte verbrannt sein. Warte, nimm mal Kamera mit. Wir gehen mal schauen, okay? Wir hatten das ganze Buch nicht mitgenommen, wir sind so dumm. Nimm ähm diesen Leuchting mit, dass wir ähm gucken können. Und Kamera bitte auch. Gneit. Welches löch den? Diese ist die UV-Dampel. Oh, ist wirklich. Und was noch? Oh, also Kamera. Ich glaub der Geist macht uns nicht. Nein. Otto. Otto. Er hat gerade noch einen Kruzifix verbrannt. Aber warte mal. Tu es um einen Kruzifix fotografieren. Haben wir Punkte drauf bekommen? Ja. Okay komm, wir rennen raus, okay? Ich will das alles nicht mehr. jeder hat alles hier in den titeln. Jeder hat alles hier in die Bühne. okay, zwei. Okay, gut. Ja, okay, meint es wieder relativ entspannt, ne? ja ja hallo okay und fingerabdrücke haben wir interaktion aber schon mal besser auf also aktuell nicht ich habe jetzt finger drücke das projektor ist auf jeden fall sehr sehr kalt also ich habe ein gorjo benji oder fantom ja müssen erwarten dass der geist irgendwie was macht wie hieß doch mal der geist keine Ahnung wenn ich habe keine Ahnung mehr wie er hieß ich bin soll ich das machen wenn diese ja ja wenn dieses jemals aus dem sicher er reagiert auf alle Oh, er hat geantwortet. Wir haben auch Spillbox. Es ist ein Phantom. Ja, okay. Kommt raus. Lass nur noch extra Geld machen, okay? Nein! Noch! Ja, okay, du machst das alleine. Bitte mit. Kamera brauche ich. Okay. Und Salz. Nur für dich. Weil du es bist. Perfekt. Und wenn wir Geld essen. Ja, nur weil wir Geld brauchen. Äh, sind so arm. Mach aber unser... Stopp gut. Hä, wie lasst du das bitte? Das ist mit Ess, aber warte noch. Oh, meinst du ja. Da darf ich machen. Darf ich auch, das auch machen? Du musst jetzt hinterfragen. Ich hab keine Fotos mehr. Ich hab keine Kamerafoto mehr. Ich hab nichts mehr, was ich hier verhocken kann. Da darf ich es nicht mehr als Salz beenden. Der hat auch gerne. Ja, meineswär. Ja, man ist es... Ich hab's nicht mehr als Salz. Ja, es ist noch mal so zu sein. Ich hab noch drei Bilder. Nee, 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 ich habpleeren weißes ist der. noch ein neues holz also da ist es auch schön und vielleicht irgendwo reinsteigende schon wieder die wendt mit aktion das macht anscheinend ich habe noch ein bild mach hier noch mal ich habe mehr im bild wäre noch möglich immer auf die seite nicht und beim ganzen sein soll wir haben doch schon andere weise Prozent okay man ist ja damit und ich weiß nicht mehr Aktion die müssen wir 20 Minuten das ist ja auch krass also kann man die Kreuzler ja perfekt es ist mir doch irgendwas vieles aber mein Liebling war es nicht wird 149 insgesamt und ich habe jetzt die bronze ist cool also diese schule ja das war es jetzt mit der zweiten folge phasmophobia mit otto bewertet noch mal den paar zwölf nicht gemacht haben warum auch immer und schaut euch das letzte folge an wenn es euch angeguckt hat ja